In Neuwied geht es dieser Tage wieder um die Wurst, aber auch um süße Versuchungen. Crossover liegt im Trend. Deswegen finden dieses Jahr Currywurstfestival und Schokolade gemeinsam statt. Süßigkeiten aus aller Welt sowie mehr als 100 Sorten Wurst mit über doppelt so vielen Soßen werden auf dem C&C angeboten. Die schwarze Bratwurst, da ist eine tierische, natürliche Lebensmittelfarbe zugesetzt worden. So sieht sie gebraten aus. Und dann zeige ich sie nochmal gerne im frischen Zustand. So sieht die frische aus. Und die haben hier vor gut dreieinhalb Jahren auf dem Currywurstfestival vor der Pandemie ins Leben gerufen. Und hat einen sehr hohen Eiweißgehalt. Das ist eine weiße Bratwurst, gespickt mit Schokolade und Peperoni, mit einem gewissen Pep. Und ja, die kommt sehr gut an, schmeckt uns persönlich auch sehr gut. Und von dieser Metzgerei bekommen wir auch die Wildbratwurst, die ja eigentlich unser Steckenpferd schon seit über zehn Jahren ist. Die Neuwieder Currywurst macht aus, dass sie immer frisch ist, eine ordentlich gut gewurzte Wurst ist. Und ja, ordentlich was an guten Zutaten drin hat. Wir haben ein ganz großes Portfolio an handgefertigten, handgeschöpften Sachen, glutenfreie, laktosefreie, vegane Sachen. Wir haben vieles im Bereich Biscotti, also Mandelgebäck, Cannoli. Wir haben Kokos-Spezialitäten, Nougat-Spezialitäten. Wir haben britische Karamell-Spezialitäten, also ein großes Portfolio. Hier ist so viel Ausbau und so viele unterschiedliche Fleischsorten, unterschiedliche Arten. Und die Zusammenstellung hätte man ja sonst nie so probiert. Die Stadt Neuwied will durch die Zusammenlegung beider Veranstaltungen diese dauerhaft in der Stadt halten und so etwas für Fans der deftigen Kost als auch solche mit einem süßen Gaumen bieten.